Hallihallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Raise Your Frequency. Schön, dass du hierher gefunden hast. Ich will dir kurz erläutern, erklären, was sich hier so im Folgenden erwarten wird in meinen Videos. Und zwar, wie der Name schon sagt, Raise Your Frequency, es geht darum, unsere Frequenz zu erhöhen. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen, diese Frequenz zu erhöhen? Es ist mittlerweile hinreichend erforscht, dass die Materie eigentlich nicht wirklich fest ist. Alles, diese vermeintliche Festigkeit ist eine Illusion. Alles ist Schwingung, alles ist eine Überlagerung von Wellen. So sind auch Gedankenwellen, Gefühlewellen, nicht nur Radiowellen, alles im Grunde genommen sind Wellen. Auch wenn es uns nicht so vorkommt, aber eigentlich bin ich nur eine Projektion oder ein Hologramm, wenn du so willst, für dich. Eigentlich ist alles eine Überlagerung von Wellen. Und es ist auch mittlerweile bekannt, dass solche Gefühlsregungen wie Hass, Groll, Wut und Angst, alles, was sich total ätzend und kacke anfühlt, relativ niedrige Frequenzen hat. Im Gegenzug dazu haben solche Gefühle von Liebe, Freude, Dankbarkeit, alles, was sich richtig gut anfühlt, haben hohe Frequenzen. Und da gilt es, zusammen hinzukommen, unsere Frequenz zu erhöhen und somit auch kollektiv die Frequenz von unserem gesamten System, Planetensystem zu erhöhen, sodass wir hier alle immer eine schönere Zeit haben können miteinander. Und wir haben es in der Hand. Wir können aufgrund unserer Schöpferkräfte dort einiges ins Rollen bringen. Wir müssen uns nur darüber bewusst werden. Und ich werde jetzt so, also im Detail wird es um Themen gehen wie Gesundheit, Meditation, wie der Name eben auch sagt, Gesundheit und Spiritualität. Ich befasse mich seit Jahren mit spirituellen Lehren, mit Meditation und mein größtes Ziel ist wirklich, meinen wahren Wesenskern zu erkennen. Und ich darf mittlerweile auf diesem Weg schon sehr, sehr schöne Erfahrungen machen und die möchte ich gerne mit dir teilen. Und auch die ein oder andere Erkenntnis, die über die Jahre hinweg so gekommen ist, möchte ich hier auf diesem Kanal gerne darbringen, dir darüber erzählen. Und ja, ich kenne mich mit Ernährung ein bisschen aus. Auch diese Themen werden hier hinreichend behandelt werden. Und ich wünsche mir einfach, dass wir eine ganz gute Zeit zusammen haben. Wenn es dir gefällt, schau gerne mal rein in die Videos und hau gerne in die Comments irgendwelche Fragen, wenn du spezielle Themen ansprechen möchtest. Ich freue mich drauf. Bis dann. Dein Filip Uwitsch. Ciao.